Heute schauen wir uns die drei besten Laptops unter 800 Euro an, welche du zurzeit finden kannst mit ihren Vorteilen und auch Nachteilen. Dabei haben wir ein großes Modell, welches 17 Zoll ist und coole Daten rundum hat. Dann haben wir noch ein kleineres Modell, welches mit einem guten Aussehen daherkommt und vor allem ein paar Features hat, welches es auch wiederum anders macht wie das erste. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines kompakten Laptop, falls du eher auf diesen Typ stehst. Und diese drei Laptops werden dir eine gute Auswahl geben, dass sie immer die besten Laptops in diesem Preisbereich repräsentieren. Also lass uns auch direkt loslegen, damit du den besten Laptop für dich finden wirst. Los geht es mit dem Asus FiverBook 17. Das ist ein cooler Laptop, wenn du auf einen großen Laptop suchst, wäre er auch seine 17 Zoll hat. Das heißt, der ist eher so, wenn du viel daheim bist mit dem Laptop oder du im Studium bist und einfach nur in Tasche hast und dann im Studium auspackt. Weniger für Reisen auf dem Schoß. Aber genau. Und er wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, aber darauf gehen wir noch gleich alles ein. Als erstes zum Aussehen lässt sich mal sagen, er sieht gut aus mit ein paar kleinen Macken. Und zwar die Ränder könnten schmaler sein, sind aber im Vergleich zu manchen anderen Laptops immer noch recht schmal. Und für diesen Preisbereich ist es wirklich gut. Die Ausstattung, die du hier siehst, du kriegst einen Audioanschluss. Standard sollte dabei sein. Was cool ist, ein Type-C-Anschluss. Nicht jedes Laptop besitzt dieser, aber es ist cool, wenn du es mit dem Handy verbinden willst und saure Kleinigkeiten. HDMI-Anschluss auch sehr wichtig, wenn du es mit einem anderen Bildschirm verwenden willst. Und natürlich einen USB-Anschluss. Für eine SD-Karte ist auch noch vorgesorgt, falls du auf diese Sachen stehst. Und das ist schon mal die Außensachen. Aber auch das Innere zählt hier wirklich, denn du kriegst einen Ryzen-Prozessor. Ryzen-Prozessoren sind eigentlich ganz cool. Ich bin für Ryzen-Prozessoren und das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Die Power-Verbrauch ist recht gut, also er verbraucht wenig Power. Und sie leisten auch viel. Das gibt dir zwei Vorteile. Der Laptop ist in den meisten Fällen komplett leise und die Fans gehen nicht oft an. Also die Lüfter von dem Laptop. Und du hast genug Power, dass du sogar kleine Videos bearbeiten kannst. Zum Beispiel habe ich einen Laptop, welcher auch einen weißen CPU drin hat. Und wenn ich jetzt mal auf dem Go bin und ein Video bearbeiten will, kann ich sogar 4K-Videos bearbeiten. Es geht nicht unbedingt super schnell. Aber es gibt auf jeden Fall die Option und die Power ist genug da, als dass du es damit vollenden bringst. Dann hat es noch eine SSD mit 512 GB. Das ist genug Speichererplatz, vielleicht sogar schon zu viel. Windows nimmt um die 64 GB ab und hast du noch 400 GB übrig. Also hier muss man sich nicht um das sorgen. Die 8 GB Arbeitsspeicherer sind etwas wenig. Aber es reicht, solange du nichts Aufwendiges machst. Das heißt, du kannst ein bisschen Multitask machen mit Chrom und so. Aber für Videobearbeitung wäre es eher zu wenig. Da wäre es 16 GB wichtiger. Außer du machst Full-Height-Videos, dann sind auch 8 GB notwendig. Also hier ein bisschen weniger. Aber ja, das ist halt eben so. Ein Touchscreen ist es nicht. Da du ein Laptop suchst und kein Touchscreen. Sonst habe ich noch ein anderes Video dazu gemacht. Und bei den Anschlüssen, wie vorher schon erwähnt, es hat USB 2, USB 3.1 und auch einen Type-C-Anschluss. Eine Bildschirmauflösung von Full-HD kann man in diesem Preisbereich auf jeden Fall verlangen. Und die kriegst du hier auch. Damit würde ich sagen, ist ein guter Laptop, wenn du einen großen Laptop haben willst. Vor allem ab bei 17 Zoll ist es das Beste, was du zurzeit auf dem Markt kriegst. Und in der Videobeschreibung unten habe ich dir das Produkt verlinkt. Allerdings kann es sein, dass das Produkt oft nicht verfügbar ist. Und dann tue ich dir die beste Alternative mit 17 Zoll einfach dorthin machen. Denn zurzeit kriegt man nicht so einfach Laptops. Nur, dass du Bescheid weißt. Und genau. Als nächstes kommt der Lenovo IdeaPad 5. Ein sehr cooles Laptop, welchen ich selber besitze. Und eigentlich auch schon viel Spaß damit hatte. Denn er hat alles, was man will. Und die Größe mit 15,6 Zoll finde ich persönlich am besten. Denn sie ist klein genug, dass du sie mal auf den Schoß nehmen kannst, unterwegs. Und sie ist aber auch groß genug, dass du nicht jedes Mal deine Augen anstrengen musst, um den Bildschirm zu sehen. Von dem her ist es meine persönliche Favoritgröße. Muss allerdings nicht sein, dass es auch deine gute Größe ist. Zu den Daten, die es hat. Er ist ganz knapp an 800 Euro dran. Da sparst du gerade mal einen Euro, nicht viel. Aber dafür kriegst du halt auch das meiste. Denn du kriegst 16 GB RAM. Wir gehen jetzt gerade mal hier runter. Dann kann man hier die ganzen Daten sehen. Und zwar als erstes. Full HD natürlich ist standardmäßig. Für Videobearbeitung gibt es hier einen kleinen Nachteil. Das Bildschirm ist nicht 100% Color akkurat. Also die Farben werden nicht perfekt wiedergegeben. Allerdings für Video anschauen ist es perfekt. Und wenn du Videos bearbeitest, wo du nicht viel Farbkorrektur machen musst, ist es kein Problem. Ich benutze ihn selber dafür. Die Arbeitsspeichung mit 16 GB ist super, wenn du Spiele spielen willst. Denn, da du hier einen Wizen-CPU hast, kannst du sogar kleine Spiele damit spielen. Was ein ganz cooles Feature ist. Und Video bearbeiten kannst du auch. Als Wizen kriegst du den 7 4700U, welcher ein guter Prozessor ist. Mit 6 oder 8 Kernen. Ich glaube, es waren 8 Kerne sogar. Und das hat einfach viel Power, dieser Wizen. Das ist ganz cool. Er hat auch einen Turbo-Modus, der IdeaPad. Das heißt, du kannst einstellen. Soll er leise sein. Soll die Lüfter sehr laut sein. Dafür mehr Power. Hier gibt es einfach ein paar Optionen. Die Akkulaufzeit mit 17 Stunden stimmt nicht so ganz. Kann ich nicht unterstreichen. Er ist eher so bei 8 bis 9 Stunden. Wenn du was damit machst. Wenn du Videos schaust, kannst du auch mal 12 Stunden gehen. Aber mehr würde ich wirklich nicht davon verlangen. Und die 1,6 Kilo ist eigentlich auch ein gutes Gewicht. Da das nicht negativ auffällt in der Tasche. Und ja, es hat 8 Kerne. Von dem her würde ich sagen, suchst du einen Laptop mit 15,6 Zoll für unter 800 Euro, ist dieser IdeaPad 5 der beste für dich. Zum Schluss gehen wir zum Service Laptop Go. Let's go to the Service and lass uns anschauen, was er denn so überhaupt kann. Als erstes und das Wichtigste, er ist sehr kompakt und das könnte für manche Personen ganz cool sein. Ich denke sogar für viele, gerade für ein Studium, ist dieser Laptop auch gedacht. Heißt zwar für Business, aber viele benutzen ihn auch für ein Studium. Und das nicht ohne Grund, denn er hat ein paar coole Sachen. Zum ersten Mal, er wiegt gerade einmal 1110 Gramm. Der ist federleicht und das ist einfach perfekt, wenn du ihn mitnehmen willst und nicht viel Gewicht in der Tasche haben willst. Die HD-Kamera ist auch einer der besten. Sie ist besser als die vom IdeaPad, den ich davor vorgestellt habe. Und auch von dem ersten VivoBook. Das heißt, die Kamera ist am besten dafür. Der Prozessor ist ein i5 von der 10. Generation Intel. Es gibt schon die 11. Generation, also nicht das modernste hier. Dennoch, die 5. Generation ist die i5, ist ganz gut. Und es ist eher für leichte Aufgaben, wie zum Beispiel Worden, so gut geeignet. Kleine Spiele kannst du auch spielen, aber nicht wirklich was Anspruchsvolles kannst du damit leisten. Und auch die 13 Stunden Akkulaufzeit werden recht gut eingehalten. Im Normalfall sind es so um die 11 Stunden. Aber es ist trotzdem eine gute Einschätzung in diesem Fall. Die Auflösung ist leider nicht komplett Full-HD, sondern nur 1536 x 1024 Pixel. Kann man nachvollziehen, da auch der Bildschirm kleiner ist und man dann die Pixel weniger sehen muss. Trotzdem wäre es natürlich kühler gewesen, ein Full-HD hier zu haben. Bei dem Arbeitssparer kannst du dich zwischen 4, 8 und 16 GB entscheiden. Ich würde mich für 8 GB entscheiden, da du hier ein bisschen Geld sparst. Und mit dieser Intel-Konfiguration lohnt sich eigentlich auch nicht mehr Rahmen. Die Anschlüsse sind sehr minimalistisch gehalten. Du kriegst USB-C, USB-A und kannst mit einem Adapter dann auch Bildschirme verwenden. HDMI-Anschüsse oder so gibt es nicht. Ist ein minimalistischer Ansatz. Mir persönlich gefällt dafür das Aussehen sehr gut. Und das ist eben die Frage, ob man das mag oder nicht mag. Farblich kannst du dir auch noch ein bisschen was auswählen. Und wie du hier auch sehen kannst, die Tastatur ist sehr kompakt und alles ist generell kompakt gestaltet, was ihn wirklich schön macht. Also, bis auf der Suche nach was Kleinem und Minimalistischem ist der Service Laptop Go das beste Gerät zum Nehmen. Also, bis auf der Suche nach oben geht.